Ludwig Delzeit mit dem 2 zu 1 für den SC Weidmar. Ehren Achtogan mit dem 2 zu 2. Achtogan! Erik Höger erhöht auf 3 zu 2. Ja, we geht mit dem 3 zu 3. Aristides Schmidt mit dem 4 zu 3 für den FC Weidmar. Deine Mutter hat gesagt, wer darf denn das Beter schießen, ne? Pariert von Paul Apel. Hoppok! Pariert von Paul Apel. 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 Maximilian Schafeld mit dem 5 zu 4 für den SC Weidmar. Jan Furtken gleicht aus. Bekev Abdukada mit dem 6 zu 5. Bekev Abdukada mit dem 5 zu 5. Damit gewinnt der SC Weidmar das Spiel um Platz 3.